hallo freunde filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner filmbewertung von dem film drive away dolls in diesem film geht es um marian gespielt von gerdelin wiswantham ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen die kennt man zum beispiel aus der sexpakt ist sie ist eine lesbische introvertierte büroarbeiterin und hat eigentlich gar nicht so bock auf menschen und so und ist sehr belesen und ja hat eine freundin und zwar jamie gespielt von sarah margaret crelly die kennt man zum beispiel aus poor things die ist genau das gegenteil und zwar sie ist sehr offen und mehr lebt sich auch sehr gerne aus und ist so der aufgeweckte typ so komplett frei am drehen eigentlich so komplettes kontrastprogramm zu ihr und mir marian möchte gerne mal so ein bisschen raus aus den ganzen trubel und so möchte zu ihrer grandma fahren nach nach tallahassee sie und ja weil sie so keinen wagen besitzen und auch nicht so viel kohle haben ein drive away service in anspruch nehmen das heißt sie mieten sich ein auto was von einer firma von a nach b gebracht werden soll um dort da den halter übergeben zu werden den neuen ja gesagt getan sie machen das auch kriegen ein auto zur verfügung gestellt und sie sollen es einen tag später dann in der nähe dann zu jemandem bringen ja aber jamie hat ganz andere pläne sie möchte ein bisschen mehr die gegend sehen sie möchte ein bisschen spaß haben und das alles und so weiter und so fort und ja maria möchte eigentlich wirklich nur straight den in anführungsstrichen auftrag erfüllen und das auto wegbringen und dann zu ihrer grandma fahren was die beiden aber nicht wissen dass sie ein koffer im auto haben mit einer mit einem sehr sehr brisanten inhalt auf denen haben es drei leute abgesehen und zwar der chief gespielt von dolman domingo den kennt man zum beispiel aus fear the walking dead und seine zwei mitstreiter erlis gespielt von joey slotnik den kennt man zum beispiel aus elevator und der andere flitt heißt flint gespielt von cj wilson den kennt man zum beispiel aus man lernt nie aus und ja die beiden verfolgen dann die beiden mädels um dann an diese brisante ware zu kommen die da in dem koffer ist denn die darf niemand anderes sehen die darf niemals in die öffentlichen in der öffentlichkeit gelangen und ist für personen außerhalb des elitären kreises wo diese ware verkehren soll nicht bestimmt ja so viel zur story ja der film der ist ähm ja ein bisschen lustig und ähm ja halt so ein roadtrip movie halt ein bisschen lustig natürlich durch die ähm ja die beiden ja halt eine lesbische beziehung haben kommt das natürlich auch immer wieder zum thema und wird da auch alles offen ziemlich offen dargestellt und alles ist eigentlich für finde ich jetzt so jetzt nicht so toll um das jetzt um sich da jetzt ein kinoticket für zu holen dafür finde ich den film ist ein bisschen zu ja bietet er eigentlich nicht so viel es war ganz lustig an der show hat so seine momente hat auch teilweise mal so ein bisschen spannung aber der film nimmt sich nicht so wirklich ernst also dass das gerät da alles so ein bisschen ja ein bisschen chaos hast du dabei und so aber ja der film ist wirklich schwierig zu beschreiben weil man verrät sonst auch einfach viel zu viel und deswegen aber ja der film ist so ein bisschen ja es ist ein roadmovie der film ist nichts neues nichts altes aber der film ja für ein streaming film würde ich sagen jetzt ist mal eine ganz nette unterhaltung für sonntag abend oder so aber jetzt sich dafür ein kinoticket zu kaufen ja ich finde schon interessant was sie da noch so für gast das dabei haben da ist zum beispiel mit damen zum beispiel dabei oder miley cyrus oder ein petro pascal die jetzt sei jetzt nicht so die große rolle spielen um sie jetzt hier groß in das für die stories der oder so zu erwähnen aber interessant dass die leute da kurze auftritte haben aber so krass ist der film jetzt nicht also man sollte ihn vielleicht sind tatsächlich zu hause im stream angucken weil ja dafür bietet er einfach nicht genug für meinen verhältnissen und welche bewertungen ich dem film gebe sage ich euch nach der wärmung für mein shop hallo freunde der film und gaming unterhaltung hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es alles von euren content creator t-shirts wo dies tourenbeutel und noch vieles vieles mehr um natürlich die designs von arts expert also holt euch eins von den coolen logos und holt euch den coolen stuff nach hause hier könnt ihr frei wählen größe farbe alles was ihr wollt also randa und holt euch den stuff bis demnächst ja da sind wir wieder ja kurz zusammengefasst und ja ziemlich kurzweiliger roadmovie mit zwei homosexuellen bzw lesbischen mädels die eine extrovertiert die andere ein bisschen introvertiert und ja um ein bisschen was zu erleben vermieten sich da halt dieses auto und was sie nicht wissen dass halt etwas drin ist was die welt nicht sehen darf ja so kann man das ganz kurz zusammenfassen ja der film hat so seine lustigen momente aber ja für mich eher ein film der in den streaming bereich gehört als ins kino und somit gebe ich den film ja so zwischen zwei und drei toten köpfe weil für ein kinoticket bietet der film mir dann doch zu wenig aber ja es hat eine gute kurzweilige unterhaltung aber jetzt kein film wo man jetzt sagt na den gucke ich mir jetzt x mal noch an ja wenn euch gefällt was ich mache dann gibt doch mal ein like und ein abo und schaut doch mal unten in die video beschreibung dort sind ein paar interessante links die euch interessieren können ich wünsche euch noch einen schönen tag bis demnächst